Du Scheißknecht Deutschland Quiz 10 Fragen Komm wir machen das hier, das ist stabil Da ist auch mit Antwortmöglichkeiten Um einen gibt's ab? Ja Du kennst dich zurück und antwarte die nächsten 10 Fragen und finde heraus, wie gut du über Deutschland Bescheid weißt Markenquist können wir auch machen vielleicht Wie heißt die? Oh Gott Wien Wien ist das Ey, Frankfurt, oder? Was? Seit wann? Wer ist der Regierungschef Deutschlands? Oh mein Gott 1, 2, 3, Angie Joachim Löw Ich dachte, da kommen faire Fragen Joachim Löw Faire Auswahlmöglichkeiten Dann wäre ich ein bisschen... Joachim Löw Stand Dezember 2018 1, 2, 3, 82 Die Musik ist zu laut, ich mach leiser Ich hab die ausgemacht Angelo Merke Aus wie vielen Bundesländern besteht Deutschland? 1, 2, 3, 62 1, 2, 3, 63 Schade Junge, du bist zu... Du bist zu Jogi wärst Jogi wäre Regierungschef Was ist Deutschland nicht? Was ist Deutschland nicht? 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ok Ey, die Gerda Hätte ich nicht erwartet Wer hat mich in Deutschland ein neues Gesetz? 1, 2, 3 Parlament Die Regierung Joachim Löw Joachim Löw Joachim Löw Nein Wo ist das? Wo hast du Deutschland gedacht? 1, 2, 3 1, 2, 3 Bundesverfassung Oh 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 man Scheiße Wer ist Wer ist Dein Staat überhaupt Deutschland? Donald Trump 1, 2, 3 Joachim Das wusste ich nicht mal Also ich hätte... Das geht mir zu schnell Digga Das geht mir zu schnell Das geht mir zu schnell Welche Währung hat Deutschland? Lira Lira Ey das Kontrollers ausgegangen Leute Lira Ach Digga Das mit Dingster War nicht so einfach Das mit Bundesverfassungen Dingster Das war nicht so einfach Ihr könnt mir sagen was ihr wollt Da hatten welche auch was falsch Jungs, die G's in den Chat Tag der Dich ein hat Oh mein Gott 1 Weißt du nicht? 1, 2, 3, 3 Oktober Ich bin der Allerste Digga Das ist so unnötig Dass ich den so verschenke Den Sat Das ist so dumm Ok mach Marken erraten Mach Marken erraten Herzlich willkommen Der Edi Army Ich weiß nicht ob das gut ist Aber Sidney ist ein Allmann Sidney ist ein richtiger Allmann Ich wusste alle Fragen gerade Das Lied von Nick Ne Was ist das? Hatte ja keine Ahnung Ich weiß nicht ob das gut ist Eine Marke einen Punkt Nicht pausieren Ok Wir können ja einmal Pause drücken Digga Hab ne Idee Hab gar keine Idee 1 2 3 Intel 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 Was hast du gesagt? Intel Kann sogar Intel sein Digga Ich hab keine Ahnung Chat Ich hab Intel Submode bei dir Submode bei dir Du guckst immer in den Chat Du scheißknecht Yo Oder? Du guckst immer in den Chat Ja Mhm Warte mal Ich muss kurz Die Kellen woanders machen Die haben nicht mal was gesehen Sidney macht dich da nackig geht Ich kenn voll viele Marken Hast du einen Dschungler? 1 2 3 AG Ja Das ist schwer Digga Das ist schon schwer Junge Junge Edli Nervt mich nicht Sit up im Gegensatz zu dir noch nie in den Chat geguckt Zeit Luca Mann Junge Luca kann mir meine Wenn ich immer außerdem Und du liest immer nur die Nachrichten vor Die fronten Wenn ich immer meine Nachrichten vorlesen würde Die gegen dich gehen Digga Dann würde ich dir 24 7 was vorlesen Ja weil du mir was vorwürfst Was ich bestimmt Gott Digga 1 2 3 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 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 6 5 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 7 10 Msаж 9 9 10 12 15 15 Der Typ ist so ein Cheater, der Typ, der Typ, der Typ ist so ein Cheater, der Typ, der Typ ist so ein Cheater, was ist das denn? Eins, zwei, keine Ahnung. Ist nicht? Nein. Digga, was ist das? Digga, das ist doch was? Digga, Disney-Logo, das ist fake, das Disney-Logo sieht ganz anders aus, das ist schwarz und so, hä, sind die lost? Ich dachte, Digga, ich dachte, die nehmen, warte, Chip, ich dachte, die nehmen das mit Farben und so, die machen einfach schwarz. Seit wann darf man bei einem Logo die Farben verändern? Seit wann darf man bei einem Logo die Farben verändern? Nein, das ist ein altes Logo. Red Bull. Hast du das gewusst? Ja, normal. Ich sehe, die verändern einfach die Farben bei einem Logo. Es ist so, als wenn ich hier einfach grün hinknalle. Das war ganz normal, glaube ich. Nein. Aber ich kenne das nur selbst nicht so. Ich kenne das nur mit diesem dunklen Baum. Das trifft so, Disney. Eins, zwei, drei, Hyundai. Ich dachte, du sagst Honda. Ich habe kurz überlegt. 1, 2, 3, Rolex. Was ist das? Alfa Romeo, sage ich. Oder Maserati oder so. Ist das nicht Rolex, sicher? Rolex. Maserati. Rolex sieht aber so ähnlich aus, oder nicht? Doch, doch, sieht es aus. Chill mal, ich google gerade das Rolex. Ja, obwohl, scheiße. Ja, Freund, ich bin jetzt abgehoben und kaufe mir keine Rolex Uhr, deswegen. Bist du da? Ja, ich habe keine Ahnung. Weiß nicht. Amazon. Simon, dann gibt es wieder einen Dappen. Degar. So ein Dreck. Diese Sch***-Tankstelle. Esso. Ich habe jetzt niemals gesagt. Äh, aber schnelle, nein, mir fällt nicht ein. Shell. Oder Shell, ja. Ist das schlecht, Digga. Ist das ein schlechtes Spiel. Ich mache keine Marken, Digga. Der Typ hat ein fotografisches Gedächtnis oder so. Ich mache es nicht mehr mit dem. Kein Geheimnis. Ihr seht, der wusste einfach alles, Digga. Der wusste jeden Scheiß. Der wusste alles gerade, glaube ich. Was wirklich jetzt? Der wusste alles. Der wusste jeden. Der hat das Video schon... Digga, du hast das Video geschnitten, du Scheißknecht. Nö. Du hast das Video geschnitten. Irgendwie danke für den Giftab. Du hast das Scheiß-Video geschnitten. Schaut doch auch mal gerne bei Eliche La Clips auf YouTube vorbei. Dort kommen wöchentliche Clip-Best-Offs von jedem Stream. Lasst dort ein Abo da. Everything has changed. Every day. 24-7 you call my name. And I will come running, yeah, every day. 24-7, yeah, every day. I will come running, babe. I will come running, yeah, every day. I will come running, yeah, every day.